Hallo liebe werdende Mama, im folgenden Video habe ich alle wichtigen Informationen für dich zum Thema Geburt im Geburtshaus und Hausgeburt zusammengetragen. Ich erzähle dir, welche Unterschiede es zwischen den beiden Geburtsorten gibt und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen. Denn auch wenn die Unterschiede zwischen einer Geburt im Geburtshaus und zu Hause nicht so groß sind wie zwischen Geburtshausgeburt und einer Geburt im Krankenhaus, gibt es dennoch ein paar Unterschiede, die dir vielleicht noch nicht bekannt waren und die dir bei deiner Entscheidungsfindung helfen. Mit diesem Video bekommst du nämlich einen guten Überblick darüber, was dich bei den Geburtsorten, Geburtshaus und zu Hause jeweils erwartet. Ich bin Mama von zwei Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Die Geburt ist ein großartiges und sehr emotionsreiches Ereignis im Leben. Sowohl für die werdende Mama, als auch für den werdenden Papa. Daher finde ich es sehr wichtig, dass dieses wunderbare Ereignis in einer schönen, angenehmen Atmosphäre stattfinden darf. Heutzutage werden ungefähr 97% aller Babys im Krankenhaus geboren und nur noch etwa 3% im Geburtshaus oder zu Hause. Wenn du dich bereits mit der Geburt und den verschiedenen Geburtsorten beschäftigt hast und zwischen deiner Geburt zu Hause oder einer Geburt im Geburtshaus schwankst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Aber auch wenn du dich erst einmal informieren möchtest, welche Geburtsorte es neben der Klinik gibt, bekommst du einen guten Eindruck davon, was dich bei einer außerklinischen Geburt erwartet. Eine kleine, aber wichtige Information vorab. Generell kommt eine Geburt außerhalb des Krankenhauses nur für Frauen in Frage, die nicht in die Kategorie Risikoschwangerschaft fallen. Zu den Risikofaktoren gehören unter anderem Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes, die Einnahme von Medikamenten, Mehrlingsschwangerschaften und noch einige andere Umstände. Da zu Hause oder im Geburtshaus weniger medizinische Mittel zur Verfügung stehen, ist hier eine Geburt außerhalb eines Krankenhauses nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Versicherung der freiberuflichen Hebamme diese Risikofaktoren nicht abdeckt. Sind die werdende Mama und auch ihr Baby aber kerngesund, steht einer Geburt zu Hause oder im Geburtshaus aus medizinischer Sicht nichts im Wege. Ein kleiner Tipp, solltest du eine Geburt außerhalb eines Krankenhauses planen, ist es wichtig, dich so früh wie möglich nach einem positiven Schwangerschaftstest um eine freiberufliche Hebamme zu kümmern, da sie leider sehr rar und daher früh ausgebucht sind. Lass uns nun einmal schauen, welche Unterschiede es zwischen den beiden Geburtsorten gibt. Wie sieht es mit der medizinischen Notfallversorgung aus? Im Gegensatz zum Krankenhaus sind die medizinischen Gerätschaften im Geburtshaus und zu Hause begrenzt. Das heißt aber nicht, dass die Hebamme im Fall der Fälle nichts tun kann. Deine Hebamme hat immer alles für die Notfallversorgung zur Hand bzw. dabei. Außerdem hat ein Geburtshaus immer ein Krankenhaus in der Nähe, dass Bescheid weiß, welche Notärzte es schicken muss, sollte ein Krankenwagen angefordert werden. In diesem Fall nehme ich auch einen Kinderarzt, der bei einem normalen Notruf nicht im Krankenwagen dabei ist. Solltest du zu Hause entbinden wollen und nicht in der Nähe deines Geburtshauses wohnen, kommt ein anderes Krankenhaus in Frage. Aber auch hier wird deine Hebamme in einem solchen Fall klar kommunizieren, was für eine Notfallversorgung benötigt wird. Im Geburtshaus ist, wie bereits erwähnt, alles zur ersten Notfallversorgung für Mutter und Kind vorhanden. Und auch wenn die Hebamme zur Geburt nach Hause kommt, hat sie alles Wichtige dabei, um im Notfall erste Hilfe leisten zu können. Sowohl für die Mama als auch für das Baby. Von der reinen Geburtsausstattung her hast du im Geburtshaus in der Regel alles, was das Herz begehrt. Gebärwanne, Seil oder Tücher, Matten, Petziball, Gebärhocker, Bett und vielleicht auch eine Sprossenwand. Wenn du dein Baby zu Hause auf die Welt bringst, hast du auch hier die Möglichkeit, das meiste der gerade genannten Hilfsmittel parat zu haben oder zu improvisieren. Die Wanne kann zu Hause durch einen aufblausbaren Pool ersetzt werden. Ein Gebärhocker kann deine Hebamme eventuell für dich mitbringen. Und alles andere kann man sich leihen oder hat es vielleicht sogar zu Hause. Wie sieht es mit der Betreuung deiner Hebamme aus? Sie unterscheidet sich bei den beiden Geburtsorten nicht voneinander. Solltest du dich für eine Geburt im Geburtshaus entschieden haben, gibst du deiner Hebamme Bescheid, wenn die Geburt losgeht, spätestens, wenn du gerne ins Geburtshaus möchtest und ihr trefft euch anschließend dort. Meistens ist dann bereits alles gemütlich hergerichtet mit Kerzen, der Raum ist abgedunkelt, das Bett bezogen, es stehen Getränke bereit. Vielleicht ist sogar schon Wasser in die Geburtswanne eingelassen worden und der Raum ist angenehm warm. Deine Hebamme entscheidet dann im Verlauf der Geburt, wann es nicht mehr lange bis zur Geburt ist und sie eine Kollegin hinzuruft. Möchtest du zu Hause dein Baby auf die Welt bringen, entscheidest du ebenfalls nach Gefühl, wann du deine Hebamme bei dir haben möchtest und informierst sie dann. Wenn sie da ist, schaut sie, wie es dir und dem Baby geht, ist für dich da und unterstützt dich physisch und psychisch. Auch kurz nach der Geburt, beziehungsweise die ersten zwei bis drei Stunden nach der Geburt, unterscheiden sich nicht voneinander. Sowohl im Geburtshaus als auch zu Hause gehört diese erste Zeit erst einmal Mama, Papa und Baby. Natürlich haben die Hebammen, die frisch gebackene Mama und auch das Baby weiterhin im Blick, in Bezug auf Atmung, Blutverlust, Plazenta-Geburt und möglichen Geburtsverletzungen. Sie greifen aber nicht ein, solange alles in Ordnung ist. Anschließend wird sowohl zu Hause als auch im Geburtshaus die U1 durchgeführt. Dabei bleibt das Baby auf der Mama oder neben ihr liegen und eventuelle Geburtsverletzungen werden ebenfalls behandelt. Fand die Geburt im Geburtshaus statt, wird das Baby nun meistens an den frisch gebackenen Papa übergeben und die Mama kann duschen gehen, bevor es nach Hause geht. Hier achten die Hebammen darauf, die jungen Eltern nicht zu spät nach Hause zu schicken, da der Adrenalinspiegel nach der Geburt irgendwann beginnt, stark abzufallen. Bis dahin sollten Mama und Baby im heimischen Bett liegen. Dort kann dann das Wochenbett starten. Hat die Geburt zu Hause stattgefunden, siedeln Mama, Baby und Papa spätestens jetzt ins Bett über, falls das Baby irgendwo anders in der Wohnung auf die Welt gekommen ist. Auch hier beginnt nun das Wochenbett. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Hier habe ich außerdem zwei weitere Videos, die ebenfalls für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie pinchstattende Musik Deine Marie